Boah, Alter! Hi, auf Twitch erstmal. So, in welche Richtung müssen wir denn hier? Was denn? Eigentlich zeigt hier durch'n Dings durch. Das müssen wir hinten raus. Wähler ist auch dabei. Da hat man nie vergessen. Ich bin die Verstärkung, die nicht funktioniert. Warum die nicht funktioniert, hä? Ich weiß nicht, ich hab ja die letzten Tage auch mit meinem anderen Charakter gespielt. Hela, ne? Warum die nicht funktioniert? Ich hab's nicht gesagt, die ganze Zeit lang über. Ja, wir haben's auch eh wenig spielen können. Das ist es ja. Den hab ich ja mit meinem anderen Charakter noch ein bisschen gespielt, dann zu üben, ne? Das hat nicht funktioniert. Das kann ich dir gleich sagen. So, warte mal. Ja, weiter. Kann auch was. Na, guck mal, wie willst' hier mit Autofahren? Da kratzt er überall in der Autos, kleiner. Na ja, vielleicht kann ich nicht reinsetzen. Hm, mit Lenkrad spielen, wa? So, wir werden erstmal mal, im Moment, wir werden erstmal hier die Propaganda machen, und danach machen wir den Nebeneinsatz. Und dann gucken wir mal, ob wir den Haupteinsatz hinkriegen. Aber na ja, ich glaub nicht dran. Wir werden hier nicht verrecken. Wir werden sterben. Wir werden hier nicht verrecken. Ich weiß es doch, ich brauch doch nicht antworten. Das ist gut. Ich denk wir, wir werden sterben, Papa. Das denk ich. Das weiss ich schon. Papa. Oh, sind da Gegner? Ja. Oh ja. Fahrgrei-Gegner. Oh, so schön. Das wird dir hier fallen. Was wird mir hier fallen? Dass du mich mit der Axt pediglierst, oder was? Das sind doch keine Fahrgrei-Gegner. Da kommt eine Granate. Was auf? Molotov! Molotov! Ich brenne! Lösch dich doch mal von der Mauer, du Penner! Oh, oh. Oh, eine dumme Sau. Oh! Es ist ja noch gemütlich da und guckt sein Gewehr an. Genau so. Oh! 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 Was ist da? Es ist falsch aus, aber! ECHO In der Nähe entdeckt. Ja, wo. Was. Wie. Wer. Wo! Ah! Hey. Hier ist ja was. Ja. Was haben wir hier? Das ist doch. Was bist du? Artypen. 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 auch verstorben, Agent Smith Agent Smith irgendwie heißen wir alle Men in Black der CSI und Vatrix, da gibt es auch jemand ja genau, der Gegenspieler im dritten Teil von Dings ja, da gibt es auch einen Smith ja, das wusste ich doch was ist das für ein Kuni Beta? was bist du? Bader und Schäffler, Schäfer hohe hat der Status unbekannt hier steht auch jeder in der Ecke warte, 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 muss ich erstmal einsammeln ich hab heute auch ich hab heute auch unbekannt hier hinten es ist da, nee Petrus Brenner Tätigkeit für die Einsatzkraft das ist hier seine Rückendeckung gewesen naja der Typ so, haben wir noch irgendwas zum einsammeln? gucken ach hier da ist eine Tür da ist eine Tür warte mal, das ist da da ist noch ein Rucksack und noch eine Tür ja wir könnten uns aufteilen von beiden Seiten kommen aber das ist unangebracht bei dem Spiel ich würde lieber sagen, wir bleiben zusammen also äh sagen was wir will aber sonst weht halt mal mehr auszurichten ja kommt drauf an, wenn die mit zwei wenn die zwei Personen keine Trotteln sind, ja wie wir manchmal uns anstellen naja, ich würde sagen, wir stellen uns ja nicht relativ dumm an, aber ja, ja ich wollte etwas eher ungeschickt ja, schon länger nicht mal gezockt ja, schon länger nicht mal gezockt wollen wir dann morgen, Donnerstag und Freitag, oder hast du irgendwas vor? ja also bis jetzt habe ich noch nichts vor also dann können wir erstmal das Spiel hier fertig machen und dann nächste Woche gucken noch mal, noch mal so ein Spiel na, wir werden es ja die Woche nicht äh, nicht gleich fertig kriegen aber nächste Woche dann gleich noch gucken hier unten, guck mal Vela, du musst schon mal gucken ja Vela und du Krümel, sei ruhig also jetzt ist er wie Papa-Greis das Wetter ich mich hier die Propaganda, da hinten und hier auf 50 Uhr drogen in der Nase ob die Drogen im Hals oh was die ja ja, ja, nur das da ist ja auch eine ja ja das war die Kompetenz hoch doch hier müssen auch kommen wiederhören zu dick ist doch gar nicht er entscheidet doch heute nicht immer noch zu hohen Köln ich habe die Idee hinter die Schoppen aber wenn man die Kommune von der Seite stellen wir mal anpacken mal hier mit dem Kammel gut gucken als erster da hinten nun gehen uns wieder die anderen Seite, siehst du? Wir sind die Herrscher dieses neuen Dschungels. Du musst schön vorsichtig sein. Ich will dich. Der ist jetzt hinten weggelaufen, aber vorne müsste noch einer sein. Hinter dir jetzt. Hallo auf den Knopf. Hallo. Wilan, was machst du denn? Auf den Knopf kippen. Er kommt, er kommt, jetzt kommt er. Jetzt hat er sich getrauert, weil jetzt noch mehrere kommen. Du kannst dahin gucken. Hui. Guck mal. Wenn du das sagst, dann lass man zwei Kopfschüsse. Ja, kommt von vorne immer noch bei dir. Und wo sind sie jetzt? Das ist unsere Stadt. Die irgendwie drehen uns. Auch hinter dir ein paar Mal. Was? Wo? Kontrolle erforderlich. Wo denn? Ja, hinter. Die, die können auch von hinten kommen, Papa. Dann würde es da vorne angezeigt werden. Hä? Was siehst du denn W-Lan? Hinterlauter ist doch genug. Dann vertremmst du noch mal. Wir werden das nicht wiederzulassen. Aber ich kann nicht schießen. Oh, Alter. Komm doch mal vor. Ups. Weiter, noch weiter. W-Lan. Was ist das? ist Zugangschlüssel zurückholen irgendwo in Zugangschlüssel hier so oder hinten und gehen die Bewerber Schöne und was er und passen naja das ist immer so doof jetzt kommt eine seite 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 warum mit dir du brauchst ja keine drogen einpfeifen du stirbst eh was wieder und wieder automatisch weiter und hatte wir gehen wir hier schnell durch kann man das auch haben hier oder hast du schon halten sie augen und ohren offen häh achten baustellengemeinschaft ach ich sag mal hier ok schafft Gegner ach hier rin also ich hab den noch nicht gespielt hier baustellen hier lumpen ich weiß nicht was hier passieren wird ich warte mal ein bisschen brauchst du Munition ne ich hab schon ach ja schon du bist ja jetzt mit einem hinter mir stehst auch immer nur drüber laufen ach da hinten ach da hinten das material brauchen wir ach da ich hab auch ich hab auch aber komm oder an nein oh wlan vorsichtig ich will nicht sterben du dich das mein sohn alles erben tut ja das ist ja nee das werde ich nicht jahle zu jung würde ich sagen wie soll die jemanden beschützen ich hatte immer mehr Leute zu beschützen das ist zum Kotzen ha 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 brenn du Sau machen Barbecue ey geh mal bei den Typen mit in Ausstieg der soll sie mal zurückhalten er nicht mehr fehlt ja leute äh oh, jetzt ist er noch vorbei da kommt es raus mach dich doch runter, du blöde Sau auch für den Typen ja ja neben mann hier ist Sechde hätte verloren manchmal ganz anders hier haben hier auch drei waren Linus Prozent Zeit wie Prozent HH H H H H selber abgefasst mit dem überwacht wie trifft er mich in der Luft weggefahren Achtung Achtung Hälber an Mathe ist ein Feuer das war oben eingekesselt die Zolle ist so in der Tiger Prozent Prozent Lenden so Ende des Vorsitzes Feuer und Vogel ich mag dass ich diese K.I. die Ränder weit verteidigt vor oder muss so noch etwas mehr die Steckerste gar nicht Zeugrundaub ist in der Szenen zum Beispiel machen wer hat immer schon folgen hallo war toll wenn es immer stehen auch nicht schönes Zeug in der Pläne und den Tor ich will ich wohl verheirat was er denn auch hoch auf dem Dach fünf Jahre der Satz ein Kuppel hängt auf dem Dach fest schon beschützen na toll hier geht es noch ja so war es aber auch wo sollen sie sonst denn auf der Straße auf ein dickes Problem werden und nicht so fett auf dem Boden hier kommt doch hoch 2.300 sie ich dem und schützt wo und natürlich nichts fallen lassen nein das ist eine tonne ist noch munition kann man noch mal auffüllen handschuhe brauchte ich nicht für handschuhe für irgendeinen ging es zum bauern hier jetzt bleibt doch mal stehen junge idiot und ein weiterer der Kuppel wird nicht gleich sterben sie da oben so war das der ja vor allem ist ein Buch der Verkauf die Pferdung naja der Scheidung und so für ihn bis in Leidung der Springer und durch die Tum der Brunter Junge was sind ein Kumpel der Wäsche längst tot Junge Oh Mann, Gott. Was, du räuchst wem aus? Du räuchst Jocki aus. Fehler, Achtung! Ja, lol. Oh, ne. Ein extra braucht Unterstützung. Ähm. Ah, ich fremd jetzt auch weh an. Du sollst hier kein Barbecue machen. Ja, ich halt ihn mal mit. Ach komm, das ist doch unfair. Ach komm, das ist doch unfair, was? Was ist unfair, dass du jetzt stirbst? Scheiße! Wer trifft denn hier so gut? Was ist denn hier für eine blöde Sau hier? Ja, perfekte Division! Verfekte Division, bitte nicht so ne Wörter hier, ja? Das sind Kinder anwesend, du Sau! Meine Güte! Meine Güte! Eigentlich schon wieder! Oh, weg! Mann, du Sau! Meine Fresse, ey! Alter! Mann, du bist da! Mann, du bist da! Oh, shit! Ey, Alter, das dachte man nicht raus, ey! Ne, ne! Mann, mein Kontroll hat's wieder ausgeschalten! Entschuldigung! Ja! Mann, du bist da! Kriegt der weg! die muss man so vor Ort zuerst wegmachen das sind die Dreckschweine Einer habe ich schon mal weg da oben ist auch nicht Schleifer oder so Ist das der Typ jetzt abgehauen? Jetzt runtergefallen.... Das hat sich selbst getötet dann scheint der andere ja Prozent wenn wir die Länder nämlich die Kirsten mit Jörg für meine Aufregung Jörg und die Kiste Sätze durch der Liedelung Fußbodenraum aber mit dem Schützen soll nie mann hier stoppt keiner außer wlan bitte bitte immer wieder gerne okay du schaffst das wir haben sich ganz schön aufgemischt na was ist denn schaffst du ihn jetzt runter oder soll man ihn verprügeln nach Brett lesen hast du schon und Gott vergeht nicht auch 15 bereits auf dem Weg ja perfekt siehst du wir ziehen hier fast gleich aus jetzt kann man abbauen ja okay warum mache ich meine Kiste auf ja jetzt haben wir den hier jetzt hab ich nicht gekriegt ach hier unten hätten wir eine Explosive Explosive Munition haben können na toll vor allem ganz unten in der Ecke wo du gar nicht drauf kommen muss dass da Munition steht na die Kiste war was hübsches jetzt haben wir den Haupteinsatz Level 16 oder wir könnten Kontrollpunkt machen äh spielst du oder wir wir beide spielen na du oder du sitzt bei uns hier und machst du dumme Gesichter mehr machst du gar nicht ich meinte ja dass wir das machen können Papa aber wir müssen mal geschenkt haben ne eine Woche mal kannst du ihn kriegen ist alles weniger hier meine Güte wenn ich mir glück in den behälter ohne m 44 karabiner classic 5.410 schaden lalalala und der beste und dieser besser anlegen so jetzt gucken wir mal ja das karabiner ist ja besser hat zwar weniger schuss aber egal macht mehr schaden in der rübe es kann doch nicht wahr sein dass ich stupe 12 kein besseres gewehr hier vorne finde was soll der kese hier mit das hier siehst du ich finde kein besseres es ist doch schon wieder propaganda als außenposten ich dachte schon so mein ja hier hier ist er hier ist die kiste gewesen der exklusiven munition der fahrwürdig war der vorwärts gebracht also ich meine erhältlich kann man hier irgendwie raus eine kiste zu blindern meine bitte das ist doch leider das ist doch das ist doch gar nicht dran wie lange ich will wie lange wir spielen schon da ist ja ich habe auch keine zeit fast eine halbe stunde schon so war die däne und vertreibung zwar nur noch und vielleicht naja die missieren und nicht mehr nachkommen jetzt hier oben raus wo wir nie kommen sind meine fresse sich die alte die kommen ja auch nicht mehr raus oder drüber meine bitte dr kommen werden baby was auf dem Weg wasser zu sammeln das böse Buben in der Jahr ich glaube der Totenkopf bedeutet böse Buben in der Jahrhundert in der Jahrhund in der Jahrhund in der Jahrhund ich habe nur die explosive Munition Notascha ich auch erzeugt die dr es gibt es in der wer umzingelt uns wurden sie sich um die Indiener das weiße haus ist woanders erstmal komm mal da hoch was jetzt ja alter geben mir auf den sack mit einer blöde bekleidung bekleidung das interessiert mich doch herzlich wenig solange die keine bedeutung haben wie das spiel mit mehr verteidigung oder angriff ist mit der schrille und meine lichter denn hier ich habe eine weste drin gehabt die betet ich komme runter hier haben wir ein fragezeichen was haben wir entdeckt von schwer gepanzerten feinden bewachter ort erkannt was wir sind irgendwie falsch schuss das war eine falsche gebräufe kontrollpunkt für die verheiratet mit schwer gepanzerten leuten nene da habe ich jetzt keinen bock drauf könnte zwar bei den anderen auch passieren aber ja na guck mal mal 26 minuten haben wir da mal runter junge das ist ein wenig spärenzchen heute da wir können auch gleich hier durchgehen müssen nur jetzt dadurch Das ist so eine Einkommenspassage, ich glaube. Wo? 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 Der hat sich einfach in die Luft gesprengt. Dieser Wichser! Der hat sich so erschrocken, was er explodiert ist. Von der Totenkopf, Papa! Da stand Plündern und das dumme Schwein hockt davor. Der war nicht mitgekriegt, dass er so ein Arschloch ist, ey. Da, da! Gegner, Gegner! Die bewachen irgendwas. Wollen wir die meucheln oder wollen wir die sein lassen? Aber wir müssen ja da lang. Äh, hey, da und sind auch welche. Wo? Ja, Johnny! Dann fangen wir an! Ah! Das sind zwei, ja! Nicht nur einer! Ach, Alter! Lässt sich wieder unten hin! So, du bist erledigt, du Lappen! Du Lappen auch! Und du Lappen auch! Aufpassen, dass die von hinten nicht kommen! Nee, die haben das gar nicht mitgekriegt, dass ich in der Wache nicht gekriegt habe. Dann können wir weiter zum Vertreupunkt. Ich habe Schützengewehren besseres! Na dann! Anlegen! Oh, vielleicht mal die Bots drauf machen, warte mal! Was? Was haben die erkannt? Trinkwasser entdeckt! Schon wieder Trinkwasser? Hier wird Trinkwasser hier rum! Ach, WLAN schickt der hier unten rum! Oh, guck mal! Stimmt, dort gab es noch Mama! Giftige Gase, Gasse! Bankkaufquartier! Oh! Oh, das muss man nicht persönlich geschehen! Ich muss mal zusammen mitmachen, ne? Ich muss manchmal mal mitmachen, ne? Ähhh... Was ist das hier auf der Erkrankung? Ähhh... Ist das hier auf der Erkrankung? Ich spiele jetzt hier auf die Erkrankung? Oh, die Erkrankung ist gut! Oh, die Erkrankung ist gut! Nein, die Mama heute nicht! Die Mama vielleicht morgen! Ja, jetzt nicht morgen! Oh, was auch? Oh, was auch? Ja, ne mit! Och, ne mit! für den sie hat den Oberheirat Prozent der Verfahrt hat der Kratzer nicht gebrochen um ja die Städte der Bauten die ich die ich auch dass sie mir dachte hat so und ihre Vorbeierlander so Klinik Daten entdecken hier noch ich hab mich gebrotet achtung gegner kontrollpunkt in der nähe das ist ein dicker ja aber da sind die hier sind die parkry typen das erinnern mit schild und Axt die sich die Hände ja was Kohle du willst Kohle haben das ist mir machen wohl Lagerfeuer erledigt alle drei Joachim Kaltwillern geht noch langsam oder die sind ja leicht die haben ja kaum Rüstung also ähm mussten der kontrollpunkt ist der unten weil hier ziemlich nach unten hier drinnen vielleicht aber da geht es noch ein aber wir gucken mal hier drinnen erstmal sagen wir es ist hier drinnen gut das so was mitnehmen äh Rechen bei Übernahme einleiten da sind Gegner die Tüten dafür heute nicht warum warum haben die die Berechtigung zu leben die würden Papa ohne mit der Wimper zu zuckenden Kopf schießen und die würde sie leben lassen ich würde sagen wir rufen bei Verstärkung hast du kannst du naja ich komm ich bin jetzt werden wir nicht so gut da sind ach alter hier ihr versteckt euch zu oft da Granate Scheiße, gerade! Scheiße, gerade! Scheiße, gerade! Sag mal, wie oft sie verstecken die sich denn da hinten? Schmeiße, Bombe! Baba! Dann müssten die Oma stehen bleiben, meiste! Ei! Komm, smash it! Was ist das? Macht ihr noch Superman oder was? Komm, zeig dich! Du Lackaffe! Ich weiß nicht, schockt! Feindliche Anführer! Oh, man! Auch noch! Wo ist der? Bisschen der Dicke da hinten! Der hat irgendein Auto gestartet, aufpassen! Der ist schon weg! Oh, Mann, das ist da nicht so! Da ist einfach ein Auto! Oh, auch verledigt! Was machen zu den? Ja, lol! Dein Schild hilft dir nix, Junge! Und schon bist du erledigt, du Lackaffe! Der kommt doch mehr! Oh, da kommt doch mehr! Ich schmeiße noch eine Bombe! Is das wie ne Bombe! Ich schmeiß ja nix mit Bomben! I schmeiß' ja nix mit Bomben! Granatbombe mein Ding! Du bist ja so ne Granatbombe! Hallo versteckt euch da nicht! Das sind wir für feige Hunde! Prozent geht's vor ich habe es nicht mehr ich würde und dann sagen in der langweiligen Wachter Ort erkannt sich alle Vertragbarkeit ich bin Kontrollpunkte sichert so ihr Lappen das war es das Telefonie gefunden ist hier oben es kommt noch welche, es kommt noch welche, dicker Leute, ich komme Laht doch nicht so langsam nach, Junge! Was machst du denn? Oh, wie viel sind denn das? Es kommt noch, es kommt der Dicke Oh nein! Von der anderen Seite! Oh Gott! Die wollen mich umgehen! Ja, dann macht ihr euch ins Haus rennen, du Vogel! Was suchst du eigentlich hier draußen? Hau ab! Für deine Drogen nicht! Du musst die Stimmung hierin bringen, oder? Er wusste Ich muss das Magazinwechsel, das Wetter aber zeitlich ein Er ist zu besichtigen, oder zu 15 Wissen Oh, endlich haben wir jetzt endlich! Oh! Sein Träumchen! Ja, das Telefon ist vorbei! Er ist vorbei! Sein Träumchen! Ja, das Telefon ist vorbei! Sein Träumchen! Ah mein Gott! Ach, hier oben ist der Versorgungsraum! Ja, hier oben ist der Versorgungsraum! Ja, und hier ist doch das Telefon hier! Ja! Ich fang mal auf da! Kuhl Kuhl äh, das ist hart umkämpft hier, was ist denn hier? Gibt's hier Drogen? Ich würde sagen, weil er nicht Da hinten perfekt ist, oder? Brennen Ich muss jetzt gerade nachladen, muss ich die Murmeln richtig halten Ja, aber Hey, das ist doch nicht, daneben War das jetzt alle? Ne, das ist doch nicht Doch hier vorne irgendwo Ja Ist ein Butterheini, ist ein Boss Was schon wieder? Nein, nicht noch mehr Ich will nicht mehr Ich will nur noch einsammeln und abhauen Ey, ne, oder da vorne ist Ey, ne, du Oh, Mann Der rennt direkt auf uns zu Naja, kann er doch Wenn er hier noch in mein Lauf springt Alter, wer trifft denn mich hier? Boah, ey, die sind doch so GRP Ja, ja, komm, 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 komm. Lange verworten, ich hab' mir auch getritten. Das ist wie Dreck, Dreck-Dreck-Drecken hier. Unten bleiben! Kein Zutritt für Asylbewerber hier! Meine Fresse! Ist jetzt mal genug hier? Gut gemacht, Leute! Was habt ihr gemacht? Ja, Wichser! Wichser! Das ist ja nicht mehr normal hier! Kann doch noch nicht mal richtig gucken, ja! Sehr schlimm! Das Auto-Kreis noch! Hatte der jetzt hier, brauchte jetzt irgendwas? Wir brauchen wirklich Ihre Hilfe! Vorräte? Ok, ich krieg da wenig von mir! Da 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 da! So! Das ist ja lebendig, oder? Was ist das Land hier? Wieso Land? Das ist ja nur eine Ecke! Nehmen wir die Siedlung. kann man jetzt mal gucken weil man jetzt alles gekriegt haben oder wenn wir jetzt werden wir beschossen ich hoffe nicht das ist doch echt müll ist doch echt müll was man gekriegt haben außer dass das ist gut das kann man ausrüsten die maske mit schrotflinten ich krieg immer nur schrotflinten ich bin die anständige waffe für normal gebrauch weißt du er bist ja fast schon oder level up hier wenn das so weitergeht kann man da oben da oben ist ja der erste hüppelkasten den er einen unglücklicher bürger der gefallen ist liegen gelassen hat mein gott ist das ein gedränge hier um die um die stellung hier ist das hier gibt es ja gold vielleicht öl vergraben oder so wie man so weiterholt sie muss ja mal gucken hier ja wäre angebracht nicht dass man rückgeschossen wird die dann auf die 1 sturm gleich oder also so viel gegner mit ehemal nur wie gehen wo man den posten befreit haben war ein dicker boss dann kam wurde einer eine gruppe leute wieder mit dem boss und jetzt schon wieder nur ohne boss er ist ja ja die stadt ist da da ja lebensmüde wo aber wo aber und sony du mollst nicht rum danach werde ich noch hochladen was dass der youtube kanal nicht hier gelöscht wird mit meiner die sind ja lebensmüde da auch trinken wir vergessen nein nein wie dann macht nicht so lange nein ich mache nicht so lange ich muss auch noch was essen halt nein bevor wir die Hande schon verkaufen wir sind aus Marfien ach ach ja stimmt ja genau so ist es wo soll denn mein Lager hier sein oder Postfach was soll denn der scheiß das ist glaube ich bei der Kiste Brustpanzer ich habe einen Brustpanzer zum spenden ja da muss ich noch zwei Aktivitäten in Federal Triangle abschließen ok Handschuhe was Bildschirmtracking alles verkaufen aber das Rucksäcke ich habe Rucksäcke wunderbar was haben wir hier Bosspanzer passt passt doch da muss man eine Geiselrettung machen jetzt irgendwo eine geile irgendwo eine sein aber ruhig jetzt Mensch irgendwo eine Geiselrettung WLAN kommen Sie doch mal vorbei Agent ein Projekt ist bereits zur Fertigstellung oh ja bist vorbei ja so die haben hier nichts anständen jetzt ich verkaufe jetzt nur und dann gehen muss ich ins Theater sowieso Leute oh ey man sollte drauf gucken bevor man es kauft oder so was hast du denn schon gekauft und für ihr ist Philippe 16 Philippe 16 habe ich nur Rucksack gekauft den kann ich ja nicht mal anziehen ach ach Postfach was ist den hier im postfach gewährt ach so Inventar 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 nochmal gucken aufmachen innen aber das Postfach ach so nein nein nicht das mach doch mal das Inventar auf danke schön drei Behälter pf die habe ich auch gekriegt aber so war ein das ist ja nicht aber man kann es verkaufen ach schade wenn die stufe 16 dann wäre es eigentlich gar nicht schlecht aber stufe 14 das ist doch der holster soll größer sein und die maske bitte was habe ich denn so wenig da an der maske tatsache stufe 15 hat weniger als die stufe 14 hatte ich mir das zu denken geben ok gerade stufe 14 aber andere hat stufe mehr ok aber das gewähr ist leider nicht besser so ist er jetzt immer noch für theater abschließen mit ihm auch noch um punkte russes theater da ja dann ist bei der feier abend dann gucken wir mal ob man hier noch ein kleines lager noch ausheben können um st es gibt bei der über der armbot jungen ich möchte nicht danach gar nichts auch nichts auch nichts wenn ich jetzt höre wenn ich nicht höre ich wusste nicht wo soll ich zur schule oder so aber ich sag dir dieses spiel noch an wo gegner kommen das gelbe hoch weister das gelbe bist du das gelbe bist du das gelbe bist du so haben wir setzen blau oder der sie mutter und 100 replikat fortfahren 10.000 punkte das ist sehr geil äh gar nichts ich muss ja noch diese dass wir die Handschuhe müsstest du eigentlich fertig haben ja das habe ich schon abgegeben äh ich müsste nur noch Aktivitäten machen welche och man ich würde kein Schorschützengewehr die geile Nettung muss ich machen höllol ja muss ich auch das wird ich wieder Kinder ja wir haben schon mehr haben wir nicht haben wir hier irgendwo noch ein paar Kostler doch die kann ich nicht tragen ähm hier schon kommen wir sollen uns irgendwas angucken ab wie du oder von 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 den von 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 der schiebste meester über die für den glts von warum können Sie das hier nicht reparieren der kann ich wenigstens setzen was soll das sein hier muss irgendwas Neues im Mund Fragezeichen das elektronisches Gerät erkannt was was wo einsammeln äh äh Köln und wir können da hat er gekürzt wird aber nur vier war das Essen für die Kinder so für das jetzt oben hier ab hier 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 dieses neue Aquapolische System sorgt für eine gewisse Sicherheit in unserer Nahrungsversorgung. Ich war skeptisch, aber jetzt bin ich überzeugt. Das ist sehr geil, so. Gibt schön, aber jetzt können sie sich essen selber machen. Sag mal, Kinderchen? Bist du betrunken, Alter? Wieso? Das Kind ist betrunken. Jetzt guck mal, guck ich mal noch in den neuen... ...in der neuen Siedlung? Ob da irgendwelche Waffen gibt, das kann doch nicht wahr sein, weißt du? Ich muss nicht mal da nach da laufen, oder was? 3,10 Stunden. WLAN hat nicht so viel Zeit? So, ihr habt hier eine Schirmzeit, aber ich denke mal, du möchtest doch mal Zeit nicht aufstehen, ne? Ja, ich muss halt nicht aufstehen, aber... Halb, sieben ist, äh, ist die Nacht für mich rum. Ja, ich, äh, kann nicht aufstehen. Hm! Also... Können wir mal Sonntag ein bisschen was machen? Wir setzen davon. Mit diesen Spielen, WLAN? Äh, ne, es ist Feiertag. Jetzt ist der Nikolaus. Sonntag! Der Nikolaus ist Freitag! Ja, aber jetzt sagt er auch nicht. Also, Freitag, äh, sowieso nicht. Bei Nikolaus ist. Bei Nikolaus ist. Das ist der Sonntag vielleicht so zweieinhalb Stunden mal ein bisschen das hier primeln hier. Und danach, äh, können wir uns ja noch schön ausruhen dann mal. Öffentlicher Dienst. Warte mal. Ach hier, neue Dienstprojekte. Ach hier haben wir Projekte. Ach so. Wo ist jetzt der Händler? Ist das jetzt hier Projekt? Ach hier ist der Händler. Die beste Ausrüstung. Der Stufe 15 A. Ah. Okay, aber die können wir sogar noch leisten. Scharschützengewehr habe ich hier drin. Was schwächer ist als wie meins. Aber tun wir dann noch einen Fall machen? Ich meine, so was wir mit dir. Äh, bist du jetzt mal ruhig? Du Morgskop? Fortschritt prüfen. Guck mal. Ich? Nein. Durchhaltevermögen. Einsatz erforderlich. Einsatz müssen wir hier machen. Dann kriegen wir einen Friseur. Aha. Okay. Dann kriegen wir Otis Geist Kopfgeld einsätze. Dann können wir Kopfgelder machen. Oh. Das ist richtig geil. Kriegst du hier noch Belohnung. Na dann? Aber dann müssen wir hier in den Gebiet machen, glaube ich. Haben wir ja neben mir erstmal einen Haupteinsatz und Kontrollpunkt. Das heißt, wir müssen den Haupteinsatz machen? Äh. Ohne Mieters. Zube 16, wie weit wir hab ich denn noch. Zube 16. Also ich hab noch mehr weit besitzt. Ich hab schon die Wunderhälfte. Ich nicht. Wo sind denn eigentlich die Projekte, bist du das noch? Ja sie, die müssen doch eigentlich auch hier irgendwo Hier ist öffentlicher Bereich Ich denke mal, die kriegen wir erst, wenn wir das gemacht haben, oder? Könnte möglich sein Wir können ja mal in öffentlichen Bereich gucken Ja, ich glaub wir müssen erst auf, ähm, eine Hauptmütze Äh, hier ist doch so ein komisches, äh, Geburtstag-Funk-Ding Oh, schon wieder? Ja 9.000 Erfahrungen Und 1.300, was, 1.300 Geld Siehst du das auch? Das ist aber Feuer Siehst du das auch? Ja 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 Da, sweat so digits Die Lampe Was? Und wie? Ja hier, weil geht's șwitz ja die Lampe Ja, wo geht Das Aber ich hätte an die Denken müssen, die gesehen haben, wie ich leide. Ey lol, jetzt haben wir erst die Karte freigeschaltet. Bitte was? Die komplette Karte oder was? Ja. Jetzt hieß es auf die ganzen Behälter, noch den nächsten Kontrollfonds. Ach je. Projekt hinzugefügt. Befreien von Downtown West begonnen. Oh lol. Oh lol. Hier sind die Projekte, guck mal. Nachschub zu einem verbündeten Kontrollpunkt in Downtown West bringen. Haben wir ja gemacht gerade. Aktivitäten dreimal und die Behälter viermal. Alles klar. Ich gehe wieder in den Tunnel. Regnet. Boah, es regnet. Es reicht schon, wenn es heute geregnet hat. Da regnet es. So. Ach ja. Da können wir ja morgen dann loslegen. Auf jeden Fall. Aber morgen auf jeden Fall sehr viel in dieser Karte zu holen. Und Kontrollpunkt haben wir auch. Wunderbar, es klappt doch. Die Behälter werden wir zuerst machen. Würde ich auch sagen. Und dann den Kontrollpunkt. Dann den Kontrollpunkt. Und dann gucken wir mal, ob es noch ausreicht für den Haupteinsatz. Äh. Ansonsten dann Donnerstag. Den Haupteinsatz. Und dann müssen wir ja rüber gehen zu den nächsten Kontrollpunkten. Und C4s. Äh. Ja. Guck mal, die Stufe 18er ist nicht mehr rot. Wollen wir das machen jetzt? Äh. Das ist nicht wahrscheinlich da, meinst du? Wenn wir jetzt zum Zweitspielen, ist es ja quasi ein bisschen stärker eigentlich. Aber warum der jetzt nicht mehr rot ist, der Stufe 18er Vision, oder ich? Und der gerade mal 15. Ach. Vielleicht ist der nicht mehr rot, weil wir jetzt die Karte freigelegt haben. Der ist ja noch in dem Gebiet hier. Ach so, ja. Stimmt ja. Der ist ja nicht direkt beim Weißen Haus. Der ist ja noch in der kleinen Schluppe von dem Gebiet. Das könnte möglich sein. Ja. So, Leute, da haben wir ja morgen zu tun. Da werden wir... Äh, da werden wir sterben. Hey, wieso ist denn hier noch eine Kiste? Was tut die Frage? Also, das müssen wir unten Kontrollpunkt. Also, das müssen wir morgen noch ändern. Also, das müssen wir ändern. Tja, dann müssen wir uns mal ranhalten. So. Ach nee, warte mal, haben wir jetzt noch irgendwas zu verteilen? Wo ist denn das weiße Haus, Mann? Ach, ich habe fünf Punkte, kann ich auch nicht verteilen. Weißt du, warum? Ja, Stufe 30. Ja, stimmt. 30. 30. Nicht 13. So, ja. Liebe Leutchen, wir haben jetzt fast eine Stunde. Zwei Minuten fehlen noch. Aber trotzdem, der Plan für morgen steht. Ich weiß nicht, wann wir anfangen morgen. Dann, wenn du Zeit hast, würde ich sagen. Morgen habe ich nichts weiter vor, fahre ich gleich nach Hause, hole ich den Kunibert hoch und danach kann man anfangen. Ja, dann sagst du doch Bescheid. Oder so. Es wird so 15 Uhr. Ja, gut. Mit alle Vorbereitungen 15 Uhr, gut. So, ihr Jungs und Mädels, auf Twitch, dann haut rein. Und tschüss. 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 Wir waren noch in der Höhle drin, wo?